Herzlich Willkommen zu Multica ABC. Heute geht es um den Buchstaben N wie Nutzfahrzeug. Der Kleintransporter Multica M22 war ein typisches Nutzfahrzeug der ehemaligen DDR. Die Bezeichnung M22 stand hierbei für Multica mit 2 Tonnen Nutzlast und der Baureihe 2. Nachfolgende Modelle hießen zum Beispiel M24 und M25. Beim M22 waren drei verschiedene Typen geläufig. Typ P wie Pritsche, Typ D wie Dreiseitenkippe und Typ M wie Muldenkippe. Neben diesen drei Typen gab es aber noch andere Aufbauten. So wurden in der Bauzeit des M22, welche sich von 1964 bis 1974 erstreckte, auf Fahrzeuge mit einer Drehleiter produziert. Diese fanden ihren Einsatz häufig bei der örtlichen Feuerwehr oder bei einem Kommunalbetrieb. Ebenfalls für den Einsatz in Kommunalbetrieben oder in städtischen Betriebshöfen geeignet, war der M22 mit einem Aufbau zur Papierkorbentleerung. Mithilfe der eingebauten hydraulischen Verdichtereinrichtung erfasst der Behälter ca. 1000 bis 1200 Papierkorbfüllungen. Auch die Nutzung als Streufahrzeug im Winter war denkbar, denn es existierte eine Ausführung mit Streugerät für Salz bzw. Sand und optional mit einem Schneeschild an der Front. Der Kleintransporter mit Sprüh- und Waschaufbau war vorrangig für die Straßenreinigung geeignet. Sein 1800 Liter Tank bot die Möglichkeit, Straßen auf einer Breite von 6 Metern und eine Distanz von 5,5 Kilometer zu besprühen, sowie auf einer Breite von 2 Metern und eine Distanz von 1,2 Kilometern zu waschen. Die Befüllung konnte aus freien Gewässern, Anhydranten oder Wasserleitungen erfolgen. Dann gab es für das Multica M22P, das Pritschenfahrzeug, auch eine Ausführung mit einer motorhydraulischen Ladehilfe, die ihre Anwendung vor allem im Transportwesen und in industriellen Betrieben fand. Rein für die landwirtschaftliche Anwendung konzipiert war der Aufbau mit Futterverteiler, der für die Fütterung der Nutztiere in den ehemaligen LPG'en genutzt wurde. Eben wegen dieser breit gefassten Anwendungsmöglichkeiten erfreute sich das Multica M22 einer großen Beliebtheit in der DDR. Der geringe Wendekreis von nur knapp 9 Metern sowie eine geringe Abmaße von gerade mal 1,5 Metern Breite, knapp 2 Metern Höhe und ca. 3,5 Metern Länge machten ihn unschlagbar als Nutzfahrzeug. Und trotz dieser geringen Maße beträgt die Nutzlast immerhin 2 Tonnen und auch der Anhängerbetrieb mit zusätzlichen 2,5 Tonnen Anhängemasse ist möglich. Aus diesen Gründen war dieses Fahrzeug ein kleiner Alleskönner, dem man in seiner Bauform als Pritschenfahrzeug, Muldenkipper oder Dreiseitenkipper doch häufiger begegnet ist. So, das war es mit dem Buchstaben N wie Nutzfahrzeug. Bis zum nächsten Video. Tschüss!